Was nimm ich denn? Holzholz? Das nimmst du? Holzholz Was müsste ich hier vorproduzieren? Mhhhmmm... oder Stein... aber drunter nicht... da Teek... Teek ist so kraulisch Wir können einen pinken... so einen roten Turm aus Kehlscholz machen, ok? Kann man machen! Nein, mir fällt... ich weiß jetzt auch gerade... hm... ja... Ich bin so am überlegen, was mach ich denn? Geht ja schneller, das stimmt ja Ich nehm erst mal das mit So, jetzt brauch ich ne Portalgun, ich bin zu faul Schöne mal Boah, hab ich denn hier noch ne unfertige Portal... Gun... Im Kopf Boah, welches ist das denn hier? Nein Ah, das ist das, da brauch ich nicht Dann nehm ich das... Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö haus was ich hier gemacht habe mit dem spawnhaus in der hölle fand finde ich ja gar nicht schlecht habe ich mich ja damals selbst übertroffen weil ich zu geil bin ja da war meine kreative phase noch da ausnahmsweise war die noch alle zerfliegt die wieder so halb was kann man denn da für ein stein benutzen problem gelöst problem weggecheatet sei doch ehrlich ich habe doch irgendwann noch ein zuschauer die radische smooth blackstone auf den hast du nein ender verdammt musste gucken ich hab ich hab noch welchen von den stein ich hab doch dein stein den schausend anfang bei mehrfach den kisten reingeballert hat sonst kannst du dir den aber auch ganz leicht selber machen einfach nur stein und tintensäcke ist ja nicht viel briggs das geht mir nicht recht schnell was haben wir denn jetzt ist auch eine dunkle dunkel ach das soll dir mal wegschmeißen wir haben ja nicht gerade das portal ausgetauscht kann man nicht kräften jetzt können wir da nämlich auch durch normales kurz zu portal gehen ja so ein bisschen einfacher ja aber das ist sonst voll nervig herrlich nein ist nicht überhaupt nicht nervig glaubst du eigentlich so das geht erstmal hier hin da holen wir uns erstmal holz mach das holz 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 mach ich glaub das sieht das würde gar nicht mal so schlecht aussehen nehmen wir das mal mit oh du hässiger creeper alles gut bei dir da ne das brauche ich glaube ich noch da nehmen wir mal ein paar mehr von eben oder was ähm ja ausgelärt spinne können mich mal ich hab irgendwas rotes bei mir das ist wieder so ein schwuler haarbringer und ihr hühnchen auch ihr nerven apropos nerven ich brauche ein legia boom mittlerweile das hast du ja noch gar nicht ne das brauche ich zwei iron bows ach ist ja kinder kacke ist ja kinder kacke da ist es auch ja hier ich hab's nur gehört aber hab ich da meine spinnen fragt mich trotzdem warum das hier denn so lag kann das echt wegen den schildern sein du bist du gerade okay ich hab hier meine 40 normalerweise habe ich hier 60 70 ich meinte durch die mit rüten schilder also nicht so ich brauche für den eisenbogen bei euch ein und ein kommt man kaum bin ich da weg das nicht mehr weiß ich nicht weiß doch gar nicht so den ich muss eine die die das passt mit der grafik noch nicht alles klar da geht es noch durch wo ist iron wo endet das denn hier da nein da ist iron ein iron bow ja ach da endet das der weg jetzt brauche ich hier aber zack jetzt habe ich auch ein wunder der natur das kannst du ja auch nur mit 43 level doch mit einer monster war ja bald habe ich erfahrungspunkte in flaschen ja ja brauche ich noch eine biene züchten die kann so drops machen da kann ich die einfach in flaschen binden dann merkt man wie ich das mal merke ja working verzaubern power obwohl erst mal infinity infinity verzaubern ja noch ein schicken pack 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 jetzt da an naja du zombie nervt nicht nein zip ach du bist so blöd du zombie ne dann springt erstmal das loch rein ich bleib da stehen und komm mich näher dann nein was ist denn? mein buen of char was hast du gemacht? was hast du gemacht? was? mein buen of char ich hoffe dass es jetzt mal irgendwo heile ist kaputt gemacht? ja boah du scheiß drecks Tommy verpiss dich jetzt weiß ich aber nicht wann ob es hier schon angekommen ist ich glaub mal schon ich glaub mal schon ach nö jetzt hab ich kein buen of char fläche macht man für da nur alles ringsrum und in den mittelkreis freilassen ne? mhm eine komplette zuoberfläche oder willst du nur eine obere fläche? ja das ist jetzt die frage ähm das ist jetzt die frage ähm die loketen das ding jetzt nicht ich weiß es nicht ich weiß es nicht doch ich bin der meinung das ging shit nicht shit super nein doch nicht super nö tipp 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 później وبoy diese ganze teilHinen oder? ist das nicht super ich hab's nicht vergessen man nur den shit 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 ich hab den shit shit ich hab den mich gehört vor allem fehlt mir das noch der landmark der Iron jetzt brauch ich doch noch einen machen muss ich denn hier noch einen machen oh nee man braucht nicht mal Pile im inventar wie geil ist das so hier ist das komischer weil sowas vielleicht ist's auch nur BBC Else oder die MUDs sind extra so eingestellt das kann natürlich auch möglich sein jetzt würde ich den eigentlich austesten aber, willste da wieder nicht lapis lapis lapislason sappier pii läufst bei dir ach ja das ist doch schön und gefällt mir doch wieder aber eindeutig liegt irgendwann den schilden am sporen dass du da rum krebst nein jetzt habe ich scheiße eingesammelt glaube ich nämlich auch komisch voll komisch so bei uns in den welten sind die schilder aktiv sind nix aber hier die schilder am sporen eigentlich so nah nebeneinander stehen ja sind ja auch nur vier kann nämlich daran liegen das wollte ich nicht klein das reicht ja ein aber sieht eigentlich von der optik her so gut aus deswegen aber nein hätte einfach nur das hausfeuer unsymmetrisch bauen müssen da was denn das test wieder rumgespackt bei dir nein die doch sterben boah skelett ohne witz ganz so viele jene obwohl tschüss immer so offen ja ich glaube ich habe den händen mal vergessen zu setzen nein die sterben bin ich voll gut du bist der held in der abwehrwelt weiß was mache ich das denn hier okay ich glaube der ist falsch gesetzt ich probiere das mal mit habe ich noch diese steinplatte ach ja gut nacht ach ja ich bin so ein neugrad ich hätte vorher einen dickerchen machen sollen mhm hättest du so wie sieht denn dieser stein jetzt aus hier ja super sieht der aus zum kotzen der gefällt mir gar nicht der kann hier gleich irgendwo eine tonne wandern in den stein ach hab ich den erstmal mit meinen luft mit meinen bohren mit meinem bohren hab ich den erstmal genau mit dem zombie tötest alles alles und für nicht noch viel mehr würd ich machen wenn ich na 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 von deutschland wär was ich wollte nicht das wort mit a sagen wenn ich youtube millionär wär ja ich wollte das wort mit a sagen aber das ist was anderes arsch von deutschland wärst nein nein oder mit h ja mit a und h wenn du hitler von deutschland wärst was na was denn ich hab nichts gesagt nein das war der test der das gesagt hat auf jeden fall ja was denkst du denn denitiv ne denitiv mhm du warst das ich hab's genau gehört ich glaub das dorf verschwindet grad so ein bisschen was ist kaputt seid ehrlich naja das verschwindet von zauberhand magnet das mal ausschalten das ist nur kaputt ich so hier muss ich die mauer einziehen nein hat mir beim spawn überhaupt ein chunkler oder stehen ne ne äh gute frage nächste frage ich weiß es grad gar nicht nicht ach nächstes mal sollte ich auch erstmal die wasserquellen weg machen vorher vorher ist das nicht normalerweise dass wenn du das mit dem fill erlöscht alles dass eigentlich die items alle verschwinden mhm mhm ne mhm ach so na dann normalerweise nicht ja manu ja das ist die du holen so oh ey ist jetzt hier dran oder was oder passt das jetzt wieder nicht in dem nicht manchmal ehrlich ähhhh heiß maul was denn in dein kommentar was denn nicht was denn was denn war man echt was denn ach wir hatten ja hier das problem mit so einem wisp-ding ne mhm war das nicht so hatten wir nur nicht da lalalalalala ach hier hab ich schon 90 fps noch alter was haben wir für kitt- was sind das für kitties ey könnt ihr alle- würdet ihr alle schlagen da im mts alle allesamt und schön samthandschuhe an alle ins gesicht so patsch einfach nur weil sie es verdient haben war gar keiner mehr drin ja ich wechsle noch alle hier ja spielen die machen wieder blödsinn game 5 5 gegen 5 talk 1 talk 1 talk 1 talk 1 ja die machen wieder blödsinn kenn ich schon tust du mir leid tust du mir leid tust du mir leid solche leute tust du mir leid glaub ich dir nicht na würd ich mir selbst auch nicht ich glaub dir das nicht so Das können wir eigentlich mal so lassen. Jetzt hast du einfach zum Creeper stirbt. Der will vielleicht nicht sterben oder so. Hast du mal vielleicht danach gefragt? Nö, keine Lust. Wozu? Vielleicht will er nicht. Nur ein Creeper. Du kannst ihn nicht so einfach umbringen. Das ist früher zu Anfang, wie ein Schwein aus sah. Du kannst ihn dennoch nicht einfach so töten. Das geht nicht. Doch, das geht. Habe ich doch gerade. Nein. Ja. Du dachtest wieder, du bist ja der Overpro. Ja. Der das einfach so machen kann. Ja.